Liebe Gabelstaplerfahrerin, meine Herren, Sie haben nun während Ihrer Ausbildung bewiesen, dass Sie einen Gabelstapler in der Theorie wie auch in der Praxis beherrschen. Und deshalb freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie alle die Prüfung bestanden haben. Und nun möchte ich Ihnen Ihre Fahrausweise für den innerbetrieblichen Werksverkehr aushändigen. So, da hätten wir Herrn Bassek. Das ist Klaus. Klaus hat soeben erfolgreich seine Prüfung zum Führen von kraftbetriebenen Flurförderzeugen, auf gut Deutsch Gabelstaplern, abgeschlossen. Er ist nun einer von über 37.000 speziell ausgebildeten Fachkräften in Deutschland, die sich mit Fug und Recht Gabelstaplerfahrer nennen dürfen. Guten Morgen, Klaus. Jetzt wird es also ernst. Dein erster Tag als Gabelstaplerfahrer kann beginnen. Und was macht ein Gabelstaplerfahrer als allererstes? Richtig den Rundum-Check. Denn ein sicheres Arbeitsgerät ist die Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten. Sind die Bremsen in Ordnung? Funktioniert die Hubeinrichtung einwandfrei? Wie sieht es mit dem Lenkungsspiel aus? Alles in Ordnung? Na, dann kann's ja losgehen. Start frei! Zur Sicherheit aller sind getrennte Fahr- und Gehwege besonders an den Hallenein- und Ausgängen angelegt. Doch Vorsicht! Leider gibt es immer wieder Kollegen, die sich nicht an die vorgeschriebenen Fußwege halten und damit sich selbst und andere in Gefahr bringen. Na, das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Deshalb, auch bei getrennten Fahr- und Gehwegen stets auf Fußgänger achten. Ah, da wachte doch schon ein Kollege. Moin Klaus! Glückwunsch zum Staplerschein! Vielen Dank! Ich muss da oben an eine 16er-Kommission. Könntest du mich kurz hochfahren? Aber Klaus, du weißt doch, das Anheben von Personen auf den Gabel sinken ist nicht erlaubt. Nee, du kann ich nicht machen, ist zu gefährlich. Mensch, guck doch mal. Nehmen wir hier die Palette und dann ist das total sicher. Ah, der Kollege hat eine Lösung gefunden. Aber vorschriftsmäßig ist auch das nicht. Im Gegenteil. Und schon passiert es. Die Palette kippt, Verlust des Gleichgewichts, Absturz. Deshalb, niemals Personen auf den Gabel sinken anheben. Bei besonderen Einsätzen eine speziell gesicherte Hubarbeitsbühne verwenden. So Klaus, dann lass uns die Kommission mal fachgerecht ins Hochregal einstapeln. Den Gabelstapler vor der Stapelfläche in Position bringen, Gabel sinken einführen und die Last anheben. Sag mal, hast du mein Messer irgendwo gesehen? Ah ah. Wo hab ich das bis hingelegt? Dann langsam vorfahren und die Last absetzen. Mittag! Mahlzeit! Na Klaus, dann wollen wir mal wieder. Was, will er nicht? Lass mich mal, ich kenn mich aus mit sowas. Augenblick mal, Klaus. Erinnerst du dich? Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten dürfen nur durch Fachpersonal erfolgen. Also nicht selber fummeln und auch keine Dritten fummeln lassen. Was denn? Wegen so einer Kleinigkeit? Man hat ja schließlich keine zwei linken Hände. Deshalb niemals versuchen, technische Mängel selbst zu beheben. Stattdessen die festgestellten Mängel umgehend ihren Vorgesetzten melden, der fachkundiges Personal anfordern wird. So, Stapler wieder in Ordnung und ab geht's zur nächsten Kommission. Richtig, Klaus. Besonders bei rutschgefährdeten Gegenständen ist es wichtig, dass die Last gleichmäßig auf dem Gabel sinken verteilt wird. Aber Klaus, findest du nicht auch, dass du so eine Art von Last gegen Verrutschen oder Herabfallen zusätzlich sichern müsstest? Deshalb, alles was leicht ins Rutschen geraten kann, steht sichern. Am besten mit speziellen Spanngurten umschnüren. Was? 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 Musik 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 Besonders in metallverarbeitenden Betrieben gibt es häufig Bereiche mit erhöhtem Lärmpegel. In derartigen Bereichen sollte unbedingt ein entsprechender Gehörschutz getragen werden. Musik 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 Oh, man! Der ist auf der Kostoblanker. La, 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 la. Der ist auf der Kostoblanker. Oh, man! Oh, man! Oh, man! Oh, man! Oh, man! Oh, man! Musik Musik